Ja, schön, dass ihr da seid. Man darf auch sich hier unterhalten, wir sind im Innenraum. Wir sind beim Workshop 280 Zeichen GIFs und Hashtags. Natürlich hat dieser Workshop einen Hashtag, nämlich 280 Zeichen GIFs, Hashtags. Also falls ihr was twittert zu dieser Veranstaltung, nutzt doch gerne zusätzlich zu Potsdok.de diesen Hashtag. Und damit geht es schon los mit den ersten Social-Media-Tipps, die eventuell gleich noch weiter aufgegriffen werden. Ich bin die. Man sagt mir nach, ich würde mich ganz gut in diesem sozialen Internet bewegen. Und dann habe ich mir gedacht, weil immer so viele Leute nach irgendwelchen Tipps fragen, mache ich einfach mal jetzt diese Dreiviertelstunde. Es wird ein großes Sammelsurium von Dingen, die ich mir auf einen Zettel geschrieben habe, als ich dachte, was könnte für Podcastende ganz interessant sein, um ihren Podcast irgendwie über die sozialen Medien noch ein bisschen bekannter zu machen. Ihr dürft aber natürlich auch immer gerne zwischendurch eure Fragen raushauen. Der Christopher hat hier so ein Mikrofon in der Hand. Das greift ihr ihm dann einfach weg, um eure Fragen loszuwerden. Beziehungsweise gleich am Anfang will ich was von euch wissen. Nämlich, wenn ihr den Social-Media-Accounts von anderen Podcasts folgt, warum macht ihr das? Was wollt ihr von denen mal so in den Raum gebrainstormt? Da ganz gerne einfach nur Ankündigungen, wann eine neue Sendung kommt, was in der nächsten Sendung ansteht. Vielleicht so ein bisschen Background-Infos, aber weniger Persönliches tatsächlich. Also Ankündigungen und Background-Infos zum Podcast. Andere Sachen noch? Ich würde immer gerne vielleicht mitkriegen, womit die sich gerade befassen, weil oft fließt es ja auch ein in die nächsten Episoden. Also quasi schon Dinge, mit denen sie sich befassen, bevor die Episoden irgendwann erscheinen, die dann davon handeln. Noch weitere Dinge, warum ihr den Social-Media-Accounts folgt? Okay, also ich zum Beispiel gucke, mache, will bei manchen Podcasts auch gucken, kann ich mich irgendwie beteiligen? Gibt es Umfragen, wo meine Stimme mitgehört wird? Werden Einsendungen verlangt oder sowas? Das kriegt man immer ganz gut über Social-Media mit, finde ich. Und wir hatten jetzt Dinge, womit sich die Podcasten befassen, bevor die Episode kommt. Bei manchen Episoden finde ich es auch super spannend zu gucken, werden die Diskurse, die in dem Podcast geführt wurden, danach vielleicht über Social-Media weitergeführt? Also gibt es da irgendwie noch mehr Kommunikation? Weil ich glaube, wir wissen alle in unseren Kommentarspalten auf den Podcast-Blogs, passiert meistens nicht so viel, wie dann in den sozialen Medien tatsächlich passiert. Nächste Frage. Was wollen wir als Podcastende denn von den sozialen Medien? Warum seid ihr mit eurem Podcast auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook? Was ist das Ziel, was ihr dabei habt? Wartet, damit der Stream es auch mitkriegt. Ja, Hörerakquise natürlich oder hörende Akquise. Also neue Hörende gewinnen. Jawohl. Ja. Feedback zu einzelnen Sendungen bekommen, weil bei mir kommt das meiste tatsächlich über Twitter. Feedback bekommen. Noch andere? Vielleicht Themenwünsche. Themenwünsche sammeln, Themenvorschläge sammeln. Also vielleicht auch ergänzend zu Feedback. Wenn da so eine Sendung auch weiterempfohlen wird tatsächlich. Also dann auch mitzubekommen, da hat jemand was gehört. Und das ist ja genau das, was bei Podcasts ganz häufig nicht der Fall ist. Dass man wirklich Feedback bekommt, wer hat es gehört, wer ist es. Und das ist das, was eben über so einen Retweet dann auch klar wird. Und so einen kleinen Text und so was. Also manchmal reicht schon, dass eine Podcast-Anfindigung geretweetet wird. Dass man merkt, die Folge hat irgendwie jemandem gefallen. Da muss er gar keinen Text zugeschrieben haben oder so. Ja, Meinungen mitbekommen, was die Hörenden so zu dem, was wir an Filmen und Serien besprechen, denken. Was sie so dazu finden. Also ich glaube, es kommt auf jeden Fall raus, es muss so eine Art guter Mix aus Content sein, mit dem ich die bereits Hörenden bediene. Und wenn ich aber neue Hörende gewinnen will, muss ich auch Content schaffen, der Leute anzieht, die vielleicht bisher noch keine Episode von uns gehört haben. Sondern die aufgrund dieses Tweets, dieses Fotos, dieses Gifs Lust kriegen, da mal reinzuhören. Also das ist so ein bisschen die große Herausforderung, die der Auftritt in Social Media irgendwie mit sich bringt. Und von mir kriegt ihr jetzt ein paar gar nicht so geheime Geheimnisse, was man da machen kann, um gut anzukommen. Mein erster Tipp wäre, macht euer Profil hübsch. Es ist schön, ein Profil einzurichten und erst mal zu haben, aber es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, damit so ein Profil am Ende gut aussieht. Also erstens, verwendet ein eindeutiges Handle, weil das Handle, was ihr verwendet, also das, was hinter dem Ad steht, das ist das, mit dem die Leute euch später in Kommunikation einbinden, mit dem sie euch Menschen nennen, wenn man das eindeutschen will, dieses Wort. Und wenn dann jemand anders diese Tweets liest, sollte der auch was mit dem Handle anfangen können, was da irgendwie dazwischen ist. Also wenn ihr jetzt eine ganz absurde Abkürzung habt, zum Beispiel für euren Podcast, dass mit dem niemand was anfangen kann, könnte das sozusagen problematisch sein, das am Ende wirklich mit euch in Verbindung zu kriegen. Und übrigens auch auf Facebook gibt es ein Handle, das kann man einstellen. Und dann kann man euch auch in Facebook-Kommunikation leichter verlinken, als wenn ihr euren ganzen Podcast-Namen als Namen angegeben habt. Wenn ihr hinter dem Handle Ad Kultpest bei uns zum Beispiel habt, dann können die Leute euch ganz leicht auch in Kommunikation einbinden. Dann Facebook-Header und Twitter-Header. Ich weiß, viele benutzen von uns Twitter-Apps, bei denen man sehr selten dazu kommt, diese Header anzugucken. Aber viele Leute, die sich nicht so viel in sozialen Medien bewegen wie wir, gehen ganz normal über den Browser auf unsere Twitter-Seite. Und dann ist der Twitter-Header etwas sehr Großes, was die Leute sofort sehen. Ja, also zum Beispiel sowas dann zu haben, was sofort beispielhaft für euch steht, kann da ziemlich praktisch sein. Und so ein Header kann man vielleicht auch mal öfter austauschen als ein Profilbild, wo ich als Podcast immer eigentlich das Logo des Podcasts verwenden würde, weil das Profilbild das ist, mit dem ihr wieder dann in den Kommunikationen wiedererkennbar sein wollt. Übrigens kann man bei Twitter auch die Designfarben anpassen. Ja, also ihr seht hier die Buttons, die sind alle im Blau des Logos gestaltet worden. Oder hier bei den Filmklassikern haben wir so eine Art Symbolbild als Header-Bild genommen und als Farben haben wir einfach schwarz genommen, weil das Logo schwarz ist. Also auch das sorgt dafür, dass es alles irgendwie professioneller aussieht, wenn die Leute auf eure Sachen klicken. Und dann aussagekräftige Biografien. Ja, also ich weiß, es gibt nicht so viele Zeichen. Das ist ja das, was da bei Twitter links steht. Es gibt nicht so viele Zeichen, in denen man da ausschweifend erklären kann, was man ist. Aber die Leute sollten wissen, wenn sie auf euer Profil kommen, dass ihr ein Podcast oder Audioformat, eine Sendung, wie auch immer ihr es nennen wollt, seid und auf den ersten Blick irgendwie mitbekommen, worum geht's. Und wenn ihr noch Platz habt, finde ich immer noch wichtig zu sagen, wer twittert eigentlich auf diesem Kanal. Weil es gibt ja viele Podcasts, die irgendwie in Gruppen gemacht werden. Also wir sind zum Beispiel zu dritt. Und dann versuche ich auch alle drei Handels von uns einmal in diese Biografie gleich mit reinzunehmen, damit die Leute wissen, mit wem sie da gegebenenfalls eigentlich kommunizieren. Und genau, dann gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel bei Twitter eine Website anzugeben. Viele, weiß ich vom Podcast, wissen nicht so richtig, soll ich da meine Feed-Adresse oder meine Website-Adresse angeben. Mein Weg von hinten um die Ecke ist, bei Website die Website angeben und beim Wohnort einfach die Feed-Adresse eingeben. Und schon hat man es geschafft, dass man beide Dinge in seinem Profil stehen hat. Genau, und was man bei Twitter auch nicht unterschätzen sollte, ist, es gibt den Pinned-Tweet. Also ihr könnt einen Tweet oben an eurem Profil anpinnen. Das ist der erste, den dann alle sehen. Ich habe da immer unsere aktuelle Folge oder die Ankündigung vom nächsten Livestream angepinnt, sodass, wenn dann irgendwelche lustigen Kommunikationen, die wir geführt haben mit den Hörenden, sozusagen nicht die wichtige Info, das ist die Folge, das sind wir, verloren geht. Warte, kommt ein Mikro. Aber ist es nicht so, dass der letzte Tweet für die letzte Folge oder Livestream eh immer ganz oben ist, weil die Kommunikation in Tweets eh gar nicht angezeigt wird, wenn ich sie richtig führe? Das stimmt, aber vielleicht postest du ja auch nochmal andere Sachen, die keine Antwort auf andere Sachen sind. Und dann erscheint das sozusagen wieder über deinem letzten Tweet, in dem du eine Episode zum Beispiel angekündigt hast. Genau, also Profil hübsch machen, das war der erste Tipp. Zweiter Tipp, Follower in Schaft aufbauen. Es ist schön, erstmal sein Profil da im Internet zu haben, aber es ist ja auch so ein bisschen frustrierend, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe da jetzt vielleicht sieben Leute, die mir folgen. Huh, jetzt sind es schon zehn. Was kann man irgendwie tun, damit die Hörenden dann da auch landen und auf Like klicken bei einem? Was ich zum Beispiel immer mache, ich gucke die Leute durch, die meinem Privataccount folgen und dann folge ich denen mit meinem Podcast-Account. Ich mache das immer mal so in Wellen, ich gucke immer mal wieder durch, jetzt habe ich irgendwie auf dem Privataccount 40 neue Follower, ich gucke mal, wer von denen würde irgendwie passen zu meinem Podcast und dann drücke ich auf Folgen. Denn überlegt mal, wie ihr euch eure Twitter-Timeline aufbaut. Es passiert doch ganz oft, aha, da folgt mir jemand Neues, dann gucke ich mir erstmal an, wer das ist und wenn es mich interessiert, wenn es mir irgendwie gefällt, dann klicke ich bei dem vielleicht auch gleich auf Follow oder ich habe zumindest mal einmal auf sein oder ihr Profil geklickt. Also gerne Leute zum Beispiel auch von ähnlichen Podcasts einfach mal durchklicken. Wer folgt denen? Also wir machen einen Filmpodcast. Ich gucke einfach öfter auch mal, wer kommuniziert viel mit anderen Filmpodcasts, wer ist da viel in Action und Folgen drücken. Also ich kenne viele Podcasts nur, die sagen, naja, aber ich nutze doch die Timeline von meinem Podcast-Account gar nicht, ich nutze nur meine private Timeline. Darum geht es dann in dem Moment gar nicht so richtig, sondern es geht darum, dass die einmal diesen Schubser hatten, euch zu folgen. Passt dabei aber auf, also der Twitter-Algorithmus denkt dann gerne, mal, dass da gerade ein Bot zugange ist, wenn man zu vielen Leuten in zu schneller Zeit folgt. Also wenn ihr jetzt auf eurem Privat-Account tausend FollowerInnen habt und die alle versucht anzuklicken, werdet ihr wahrscheinlich erst mal für 24 Stunden keinen neuen Accounts folgen dürfen. Also macht das so ein bisschen in Wellen. Also immer mal wieder so 50 und dann kann euch eigentlich da nichts passieren. Mikro? Mein reizender Assistent. Also ich habe jetzt gerade so was 50, also ist das so, wie sind da deine Erfahrungen vom Output? Also wenn du jetzt 50 durchklickst, wie viele bleiben dann hängen? Das ist ganz lustig. Ich mache das manchmal und dann schreiben mir Erik und Christopher, ah, war es jetzt wieder so weit? Weil dann irgendwie 10 neue Follower eben plötzlich da sind oder so. Also ich würde sagen, wenn ich so 50 Leuten folge, folgen 10 bis 15 zurück davon. Plus, minus. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Und auf Facebook gilt übrigens das Gleiche. Also teilt auch da eure, also da gibt es ja auch noch diese Gruppen, die ja eine der wenigen Sachen sind, die, wie ich finde, auf Facebook noch ganz gut funktioniert. Also teilt da ruhig euren Account in relevanten Gruppen. Also wenn ihr einen Filmpodcast habt, sucht euch Filmgruppen und teilt da, hey, es gibt hier einen neuen Filmpodcast. Oder guckt irgendwie, was es sonst so für relevante Gruppen geben könnte. Und irgendwie, ihr macht einen Podcast über Nachtleben in Berlin. Da gibt es bestimmt einige Gruppen, in denen ihr den promoten könntet oder so. Ja, und für Instagram gilt eigentlich das Gleiche. Also da funktioniert das mit dem Follow, Re-Follow auch meistens ganz gut. Kontroverses Thema Hashtags. Also ich bin Fan von Hashtags, aber es sollten nicht 280 Zeichen Hashtags sein in euren Posts, den ihr macht, weil dann funktioniert es nicht mehr. Das Tolle an Hashtags ist halt, dass man Tweets darunter versammeln kann. Also sie funktionieren dann richtig gut, erstens, wenn es Hashtags sind, nach denen Leute wirklich relevant suchen. Also niemand sucht nach SoHappy oder sowas. Aber Leute suchen vielleicht nach Infinity War, wenn ihr Marvel's Infinity War besprechen wollt. Also das ist vielleicht ein Hashtag, unter dem Leute wirklich mal gucken, was es da passiert. Oder ihr macht einen Fußball-Podcast. Es gibt für jedes Fußballspiel auf dieser Welt ein Hashtag. Nutzt den, wenn ihr darüber gesprochen habt. Also nutzt Hashtags, die wirklich für die Suche relevant erscheinen oder versucht Hashtags zu etablieren. Also wenn ihr das Gefühl habt, es sollte ein Hashtag für eine Kategorie geben, die ihr immer im Podcast habt, weil für die Kategorie braucht ihr Feedback und unter diesem Hashtag schicken die Leute dann irgendwas ein oder so. Also keine Ahnung, wir etablieren im Podcast gerade die Kategorie Feedbacky, weil ich immer das Feedback vorlese. Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, so eine Art Fragt-Feedbacky-Hashtag oder so in Zukunft so ein bisschen zu promoten, um darüber so ein bisschen Feedback einzusammeln. Also in so einem Fall können Hashtags auf Twitter auch interessant sein. Auf Instagram ist es ein bisschen was anderes. Also solltet ihr auf Instagram sein, da ist so ein bisschen die übliche Konvention, ihr habt so ein, zwei Sätze, um zu beschreiben, worum geht es auf dem Bild. Und dann macht ihr eine Leerzeile und dann so eine Art Hashtag-Wolke, weil auf Instagram wirklich viel mehr nach Hashtags gesucht wird. Die werden dann auch in den Timelines, die die Leute so durchscrollen, erst eingeblendet, wenn die Leute auf Weiterlesen klicken sozusagen. Also die haben dann nicht überfüllte Timelines mit 25 Hashtags. Aber da kann es durchaus angebracht sein, sich irgendwie eine Notiz zu machen, wo man alle Hashtags sammeln, die irgendwie zu einem passen und die dann immer an so einen Instagram-Post mit ranzuhängen. Auf Facebook braucht ihr keine Hashtags. Wirklich nicht. Niemand sucht auf Facebook nach Hashtags. Es gibt zwar diese Option, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Lasst es. Macht es einfach nicht. Es sieht nur hässlich aus. Memes, GIFs, Fotos, das sind Beiträge, an denen die Leute hängenbleiben. Stellt euch selbst vor, wie ihr durch eure Twitter-Timeline scrollt. Ihr habt vielleicht da ganz viel zu sehen und so. Wenn ihr einen guten Eyecatcher habt, dann bleiben die Leute vielleicht auch hängen und lesen durch, was dazu dasteht. Cool ist auch, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Memes und welche GIFs gehen gerade viel so durch die Timeline, werden irgendwie viel benutzt und da dann so ein bisschen auf den Hype-Train mit aufzuspringen. Also ich meine, das hier ist eigentlich als Meme, da steht halt, also er sagt ja, one does not simply walk into Mordor. Und hier haben sie jetzt einfach eine Animation draus gemacht. Und ich meine, jeder, der irgendwie Herr der Ringe geguckt hat, kennt dieses Zitat. und kann irgendwie was mit dieser Szene anfangen. Und schwupps hast du dann irgendwie Leute da, die euch zugucken. Also ich bin wirklich ein großer Fan von GIFs. Das werdet ihr später auch noch sehen, wenn ich meine Timeline, wie ich sozusagen meine Episoden bewerbe, einmal vorstelle. Werdet ihr sehen, dass ich sehr viele GIFs da auch verwende. Seid da nicht scheu. Meine liebste, also es gibt ja zig Apps, mit denen man GIFs suchen kann. Ehrlich gesagt, mein liebster Weg, GIFs zu suchen, ist einfach die Google-Bildersuche. Aber da könnt ihr einstellen, also wenn ihr es am Browser macht, müsst ihr einmal unter Tools Animierte auswählen. Aber wenn ihr es auf dem Smartphone, in der Mobilversion macht, ihr geht in die Bildersuche, ihr sucht, keine Ahnung, Steven Universe, ihr findet erst mal ganz viele Bilder und dann könnt ihr sofort auf nur GIFs klicken und ihr kriegt tausende GIFs. Und wenn ihr noch nicht exakt das Richtige habt, klickt auf ein GIF rauf, was euch gefällt. Dann werden auch noch ähnliche GIFs angezeigt, die irgendwie ähnlich passen können. Also ich finde wirklich, in meinem Workflow so ist das der praktischste Weg, schnell das GIF zu finden, was ich irgendwie gebrauchen kann. Ah, Frage, sehr gut. Feedbacky fragt. Ich kenne mich damit gar nicht aus und gibt es da Probleme mit Urheberrecht oder so? Man darf doch auch nicht unbedingt Fotos so verwenden, die man in Google findet. Genau, ich würde es zum Beispiel mit Fotos nicht machen. Natürlich ist die Rechtslage da irgendwie so mittelgenau. Ich habe jetzt noch von keinem Privataccount gehört, der verklagt wurde, weil er ein GIF benutzt hat. Ich würde es einfach machen. Aber das ist natürlich jetzt keine rechtssichere Auskunft, die ich dir da geben kann. Content. Stichwort Content liefern, der Aufmerksamkeit generieren kann. Macht ruhig Zusatz-Content, der zu euch passt. Ja, also natürlich ist es wichtig, die eigenen Episoden und so zu vertwittern. Aber vielleicht gibt es was, was zum Image eures Podcasts passt, womit ihr nochmal eine Zusatzebene mit reinbringen könnt. Also hier die Geschichtenkapsel zum Beispiel. Wir twittern oft kleinere Haikus oder kleinere Fragmente, aus denen Geschichten entstehen könnten oder sowas. Das hat erstmal gar nichts mit irgendwelchen Episoden zu tun, die wirklich erscheinen werden, sondern es ist einfach so dieses ganze Image, Poesie. Da sitzen irgendwie kreative Köpfe, die zusammen was gestalten, was machen. Oder hier der Lars mit Auf Distanz. Der hat ja als Zusatz-Content sozusagen, dass er immer einmal am Tag die Sonnenaufgangszeit, Mondaufgang, Monduntergang irgendwie twittert. Das passt zu seinem Podcast so. Das ist eine Zusatz-Info, die wahrscheinlich für Leute relevant ist, tatsächlich, die sich für das Thema seines Podcasts interessieren. Oder lustige Tiere gehen immer, vor allem wenn sie passen. Also ich meine, Tim macht hier einen Podcast auf dem Holzweg und dann lustige Waldtiere irgendwie dabei zu haben, in so einem Bildmal oder lustige Momentaufnahmen aus dem Wald. Das passt, das lohnt sich. Also wenn ich diesem Account folge, zum Beispiel, ich freue mich richtig, wenn wieder Waldbilder kommen. Auch wenn die gar nicht bei einer tatsächlichen Aufnahme entstanden sind. Also Zusatz-Content kann sinnvoll sein, wenn er euch relevant erscheint für eure Follower-Innen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mal was gestartet und ausprobiert und es wird aber gar nicht geliked und die Leute interessiert es nicht, dann kann man es auch als Experiment für gescheitert erklären und dann lässt man es wieder. Also es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, mit dem ihr mal angefangen habt. Ein Praxistipp für Twitter. Threads. Ein Plädoyer für Threads, weil, also ein Thread bedeutet, Tweets, die aufeinander antworten. Das Tolle daran ist, jedes Mal, wenn ihr einen Tweet an euren Thread anhängt, erscheint nochmal der erste Tweet dieses Threads in den Timelines der Leute. Also es erscheint dann immer der erste Tweet, Punkt, Punkt, Punkt und der letzte Tweet dieses Threads, den ihr gerade gemacht habt. Und so schafft ihr es auf eine ganz geschickte Weise, dass der Ausgangstweet, in dem ihr vielleicht eure Episode angekündigt habt, dass der nochmal nach oben kommt bei den Leuten, aber auch noch eine relevante Zusatzinformation, weil ihr an den Thread ja noch was angehängt habt. Zusätzlich sorgt es natürlich dafür, dass irgendwie Informationen gebündelt sind und jemand ganze Kommunikation nachvollziehen kann. Also wenn er dann auf den letzten Tweet in diesem Thread klickt, findet er auch alles, was davor schon passiert ist. Also alles, was ich zu einer Episode poste, ist bei meinem Podcast ein Thread. Auch wenn ich über verschiedene Tage verteilt mehrere Tweets mache, ich hänge die immer an diesem Thread an, sodass jeder wieder auf alle Tweets, die zu dieser Episode verweisen, zurückkommen kann. Weiterer Praxistipp. Zitierte Tweets. Wir haben ja gesagt, wir wollen gerne neue FollowerInnen auch gewinnen. Und es ist super, Sachen zu retweeten, die Leute einem so schreiben, so ein positives Feedback, irgendwas, was sie kommentiert haben und so. Aber in dem Moment, wo ich es nur retweete, schaffe ich erst mal Aufmerksamkeit für den Account, der das gemacht hat. Ich will ja aber auch Aufmerksamkeit für mich, ganz pragmatisch gesehen. Und deshalb würde ich immer dieses Feedback dann einmal ganz normal retweeten und dann nochmal als zitierten Tweet retweeten und selber noch eine Antwort oder so dazu schreiben. Weil dann habe ich wieder die Chance, dass mein Tweet retweetet wird und ich damit in die Timeline der Leute komme und so weiter. Was man auch machen kann, Tweetbot zum Beispiel macht es automatisch. Man kann es aber auch selber in Twitter, in der normalen App und so weiter generieren. Diese zitierten Tweets an den Ursprungstweet anzuhängen. Also Tweetbot macht es automatisch. Steffen hat bei mir kommentiert, ich zitiere seinen Kommentar, dann ist automatisch mein Zitat an seinen Tweet angehängt und es erscheint wieder alles doppelt in den Timelines. Also auch da kann man die verschiedenen Strategien kombinieren. Behaltet bei all dem, was ihr so macht, im Kopf, eure Tweets sehen auf verschiedenen Clients unterschiedlich aus. Zum Beispiel, wenn ihr auf der Website seid, sind alle Hashtags bunt in der Farbe, die ihr euch als Designfarbe ausgesucht habt. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Tweet, in dem ihr sehr viele Hashtags verwendet habt, auf der Website fast nicht mehr lesbar erscheint, weil er immerzu zwischen diesen beiden Farben hin und her wechselt. Das kann zum Beispiel auch passieren, dass wenn ihr ein Instagram-Foto auf Twitter teilt, es in manchen Clients funktioniert, dass es als natives Foto eingebunden wird. In manchen kriegt ihr aber nur einen Link. Und dann müssen die Leute noch einen zweiten Klick machen, um überhaupt zu diesem Foto zu gucken. Also guckt euch einfach mal das, was ihr so in den letzten Wochen produziert habt, in verschiedenen Anschauungsmöglichkeiten an. In der normalen Twitter-App, im Browser, im mobilen Browser, in vielleicht Tweetbot und was euch sonst noch so für Apps einfallen. Vielleicht kennt ihr jemanden, die diese Apps benutzen. Und guckt mal, was da eigentlich passiert und ob ihr da was an eurem Workflow ändern wollt. Also ich zum Beispiel teile nicht mehr automatisch Fotos von Instagram auf Twitter, weil das einfach zu viele Klicks für die Leute verursacht, die sie erst mal machen müssten. Bei Facebook gilt da vor allem auch zu gucken, wenn man Tweets generiert und man will da seinen Link reinpacken, dann macht Facebook ja so eine Link-Vorschau. Guckt, dass das funktioniert. Also das buggt manchmal. Dann muss man diesen Link einfügen und da kommt nur der Text. Und in der Link-Vorschau ist da nicht das Bild drin, was man in seinem Post auf der Website hat. Was bei mir oft funktioniert, einfach den Link löschen, nochmal einfügen, löschen, nochmal einfügen. Beim dritten oder vierten Mal ist das Bild dann plötzlich geladen. Oder wenn es nicht geht, halt manuell zur Link-Vorschau noch ein Bild hinzufügen. Auch das geht. Gerade speziell für das Thema, wenn der Facebook-Link-Vorschau buggt. Es gibt da auch so ein Sondertool von Facebook, wo man den Link einfügt. Und dann wird quasi dieses Cache von Facebook nochmal neu geladen, falls man irgendwie das Bild wechseln will oder so. Ich kann das nachher, ich vertwitter das nachher unter dem Hashtag, wo ihr das findet, auf Twitter. Und wenn ihr da Probleme mit der Link-Vorschau habt, dann könnt ihr dort den Link mal von Facebook neu laden lassen. Und dann klappt das auch beim ersten Mal. Hier ist noch eine Frage. Vielleicht kommst du noch dazu. Ich hätte noch eine Frage zum Mehrwert von Bildern. Also du hattest die Eye-Catcher-Funktion erwähnt. Aber ich bin zum Beispiel bei Facebook weg, weil ich am Ende nur noch Bilder drauf hatte. Und dann, also der Text wird immer weniger. Und ich frage mich für sehbehinderte Menschen zum Beispiel, was ich dann beachten muss. Also kommst du da noch drauf? Komme ich nicht drauf, können wir genau jetzt machen. Also was man gut machen kann für sehbehinderte Menschen, ist eine Bildbeschreibung hinzufügen. Es klingt so simpel, aber fast niemand von uns tut es. Ja, es ist hervorragend, wenn ihr es schon macht. Bei Twitter gibt es auch die Funktion, dass man das sozusagen anklicken kann, dass man automatisiert diese Bild-Vorschau mit generieren kann, wenn man den Tweet generiert. Ich kenne nicht, dass das bei Facebook auch automatisch geht. Vielleicht weiß jemand sonst das. Nee. Aber, also es ist gar nicht so schwierig, sich da so ein bisschen reinzubringen, einfach zu jedem Bild, was man macht, noch eine kleine Bildbeschreibung anzuhängen. Genau. Aber bei Twitter ist es dann nämlich so, dass es nicht zu diesen 280 Zeichen mit dazu zählt, wenn man die automatische Bildbeschreibungsfunktion mit eingeklickt hat in den Optionen. Ja, da muss man dann halt, also ja, es kann Sachen spoilern, aber da muss man dann halt abwägen, was einem wichtiger ist. Und es ist ja schon cool, wenn man den Content für möglichst viele Leute zugänglich gestalten kann. Kann ich? Ja, da ist noch eine Frage. Also diese Sache, mich stört das auch mit den Bildern und dass das nur noch Bilder sind. Man muss sich allerdings echt überlegen, ob man sozusagen nur Texte nimmt, weil die Algorithmen von Facebook und auch Twitter, die haben halt gelernt, dass Bilder Eyecatcher sind, dass Leute darauf reagieren und die priorisieren Bilder und die lassen manchmal auch reine Texte einfach weg. Also gerade, wenn ihr die nativen Clients von Facebook und Twitter benutzt, dann landen bei euren Facebook- oder Twitter-Followern-Freunden, Freundinnen die Dinger manchmal gar nicht in der Timeline oder irgendwo komisch. Das heißt, ist es cool, wenn man gegen den Mainstream irgendwie antwittern will oder so, aber Twitter ist da unerbittlich und lässt reine Texte dann einfach mal bei anderen Leuten nicht erscheinen. Das muss man sich einfach klar machen. Und Facebook ist noch unerbittlicher eigentlich mit dem Algorithmus. Ja, die sind halt, die haben halt gelernt, was Leute klicken und die wollen Clicks und das ist denen sowas von scheißegal, was so eine spezielle Gruppe von Menschen besser findet. Die sind da wirklich krass. Thema Self-Retweets. Seid nicht scheu. Also wenn ihr einen coolen Tweet gemacht habt, in dem ihr eure Episode ankündigt. Es gibt Leute wie ich, die ich folge auf Twitter 2500 Leuten. Ich lese nicht meine ganze Timeline. Es ist einfach so. Sondern immer, wenn ich Zeit habe, gucke ich in meinen Twitter. Seid nicht scheu, retweetet diesen Tweet noch ein, zwei, drei Mal, den ihr da gemacht habt. Vielleicht auch mit eurem Privataccount zusätzlich, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass das die Leute, die euch dort folgen, auch interessieren könnte. Also selbst Retweets sind vielleicht unter Leuten mit Privataccounts verpönt. Ich finde das auch da eigentlich nicht verpönt. Aber gerade bei so einem Podcast-Account tut es einfach. Also wenn ihr da einen guten Witz gemacht habt, wenn ihr einen guten Tweet euch Mühe gegeben habt, um eure Episode richtig cool anzupreisen, dann nutzt den auch gerne noch ein zweites oder ein drittes Mal. Und auch Stichwort Zeiten. Es gibt halt Zeiten, an denen sind besonders viele Leute in den sozialen Medien unterwegs. Das ist natürlich je nach Zielgruppe auch ein bisschen unterschiedlich. Also auf Facebook ist es so, wenn man irgendwie was zwischen 14 und 18 Uhr facebookt, dann ist sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie von Menschen gesehen wird. Auf Twitter würde ich sagen, es gibt sehr unterschiedliche Timelines. Also es gibt Leute, die sind vor allem abends und nachts online. Es gibt Leute, die sind vor allem vormittags online, wenn sie sich auf der Arbeit langweilen. Also da gibt es halt sehr unterschiedliche Gruppen. Auch deshalb Self-Retweets. Also einmal für die Frühschicht, einmal für die Spätschicht, einmal für die Nachtschicht sozusagen. Dass jeder die Chance hatte, das auch mitzukriegen. Dann, wo wir schon bei Algorithmen waren, wichtiges Thema Video-Upload. Und ein bei YouTube hochgeladenes Video, was ihr danach auf Facebook teilt, wird garantiert weniger in den Timelines eurer Leute erscheinen, als eins, was ihr originär bei Facebook hochgeladen habt. Die werden sozusagen bevorzugt vom Facebook-Algorithmus. Also ladet euer Video gerne bei YouTube hoch, ladet es aber zusätzlich bei Facebook hoch, wenn ihr es dort verteilen wollt. Also ladet es zusätzlich bei Twitter hoch, wenn ihr es dort verteilen wollt, weil dann wird es sozusagen gepusht von den Algorithmen. So, und wir sind ja in sozialen Medien. Und soziale Medien erfordern manchmal Kommunikation. Also nicht nur Content zu liefern, sondern auch auf das zu reagieren, was die Leute euch dann antworten. Also wenn ich einen Podcast antwittere, um was dazu zu sagen, freue ich mich total, wenn ich dann nochmal eine Antwort darauf kriege und gesagt kriege, ach, und wenn es nur ist, danke fürs Feedback. Vielleicht wird sogar noch eine Diskussion weitergeführt, aber ein Danke fürs Feedback tut einfach oft gut und vielleicht macht man dann beim nächsten Mal wieder so ein Feedback, ja. Also Kommunikation ist super. Und natürlich kann man Kommunikation auch so ein bisschen triggern. Also stellt Fragen, ja. In dem Moment, wo ihr Fragen stellt, zum Beispiel wie hier die AppCorex aktiv nach Themenvorschlägen fragt, dann kommen vielleicht auch Themenvorschläge. Verlasst euch nicht drauf, dass die Leute euch einfach so anschreiben, ach, ich wollte schon immer mal von dir hören, wie du über Kuscheltiere sprichst oder was auch immer, ja. Sondern fragt sie danach, wenn euch das wirklich interessiert. Und reagiert dann auch auf die Antworten, die so kommen, ja. Macht Umfragen. Also gerade bei Twitter das Umfragetool. Ich weiß, viele, die Second-Party-Apps benutzen, stehen nicht so auf Umfragen, weil sie dort nicht angezeigt werden. Man kann aber einfach vor Umfragen in eckigen Klammern ein kleines Umfrage- oder Poll- oder was auch immer setzen. Dann wissen die Leute, aha, an diesem Satz ist noch eine Umfrage angehängt. Da klicke ich noch mal drauf, mir das im Browser anzeigen zu lassen. Ja, also hier bei den Cinematic Smash Brothers, da werden halt immer fünf Fragen diskutiert in der Folge. Und hinterher werden diese gleichen Fragen noch mal auf Twitter gespiegelt. Und wir können hören, was die Zuschauer antworten würden auf genau diese Fragen. So, das ist also auch so eine Sache, was man machen kann, um Kommunikation sozusagen zu generieren. Da gibt es ja noch oft Leute, die sagen, ey, die Antworten sind alle nicht die richtigen, sondern ich weiß, was wirklich die richtige Antwort gewesen wäre oder so. Was auch sinnvoll sein kann, Stichwort Kommunikation, verlinkt Leute. Also verlinkt Leute, die ihr erwähnt habt in euren Episoden. Verlinkt Leute, deren Fragen ihr beantwortet habt in Episoden und so weiter. Das sorgt alles dafür, dass die vielleicht eure Tweets dann später auch noch mal retweeten und eure Reichweite gesteigert werden kann. Stichwort Plattformverbindung. Es gibt ja so automatisierte Sachen. Mein Facebook-Post erscheint gleichzeitig auch auf Twitter. Mein Instagram-Bild erscheint gleichzeitig auch auf Twitter und so weiter. Da kann dann halt auch sowas bei rauskommen. Das ist keine Timeline, die ansprechend ist, wenn Leute da draufklicken. Natürlich erleichtert das Arbeit, aber wie wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, jedes Netzwerk braucht auch so ein bisschen eine andere Strategie, was ihr dort für einen Post, was ihr dort für ein Content macht. Auf Facebook könnt ihr ein bisschen mehr schreiben. Auf Twitter habt ihr nur 280 Zeichen und müsst vielleicht noch zwei, drei Hashtags unterbringen, die ihr auf Facebook tunlichst. Also es ist so eine Sache. Wenn ihr auch Facebook-Posts auf Twitter teilt und die waren zu lang, dann ist halt der Text irgendwo abgeschnitten. Und dann, ja, was macht man dann damit? Ich würde jetzt gerne die Folge von denen retweeten, aber der Text sagt ja gar nicht alles, was in der Folge erscheint. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde grundsätzlich eher davon abraten, Plattformen so automatisiert miteinander zu verknüpfen. Ich persönlich mache eine Ausnahme. Ich nutze das Tool If, If This Then That, wo man so verschiedene Rezepte selber generieren oder einstellen kann, was automatisiert passiert, wenn man irgendwas tut. Und ich habe dort zum Beispiel das Rezept eingestellt, dass meine Instagram-Bilder als native Fotos auf Twitter gepostet werden und nicht als Link, auf den die Leute dann klicken müssen. Das ist so eine der wenigen Automatisierungen, die ich benutze. Klickt euch ruhig mal bei If durch. Da gibt es, es gibt jedes Rezept. Und guckt, ob irgendwas dabei ist, was in euren Workflow irgendwie reinpasst und euch an der Stelle was erleichtert. Was ich auch noch ganz gerne mache, ist, selber GIFs zu generieren für bestimmte Sachen. Also da gibt es ganz lustige Apps für. Das hier ist jetzt halt mit IMG Play gemacht. Aber guckt in eure App-Stores. Ihr könnt aus den Live-Fotos oder aus Videos ganz leicht GIFs generieren lassen, die ihr so macht. Da haben wir zum Beispiel eigentlich das Episodenfoto für die letzte Cinematic Smash Brothers Episode geknüpft. Und so konnten wir es noch ein bisschen lustiger bewerben, was da so los war. Und ein Tool, was ich euch noch empfehlen will, wo ich auch selber erst gerade dabei bin, es zu entdecken und mich einzuarbeiten, ist Headliner beziehungsweise auch andere Tools, die es möglich machen, Audiogramme zu generieren. Denn was ja unser Problem als PodcasterIn ist, ist, dass diese ganzen Social-Media-Plattformen irgendwie kein Audio-Content-Teilung so richtig möglich machen. Also ich kann ein Video hochladen bei Facebook, ich kann aber keine 20 Sekunden Audiospur hochladen bei Facebook. Und diese Audiogramme, also zum Beispiel Auphonic, kann das mittlerweile auch halbwegs automatisiert. Ich habe mir jetzt Headliner ein bisschen angeguckt, das ist wirklich sehr einfach. Also man lädt ein Bild hoch, man lädt seine Episode hoch, schneidet sich die Stelle zusammen, die man haben will. Und dann hat man sehr schnell halt ein Video, was man irgendwo teilen kann, wo die Leute in der Plattform draufklicken können und nicht sich erst noch auf eure Podcast-Website klicken müssen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht von Sachen, die ich ganz cool fand. Also hier zum Beispiel... Also die haben sozusagen ihre eigenen Outtakes auf so ein Audiogramm gelegt und bewerben mit sowas ihre Episode. Das finde ich zum Beispiel eine ganz coole Sache. Hier die vom Was-denkst-du-den-Podcast, die machen es sogar immer mit Texterkennung. Also auch das kann Headliner. Sieht dann so aus. Ja, also da könnt ihr auch von dem Teil, den ihr hochladet, den Text automatisch erkennen lassen. Da wird nicht alles perfekt automatisch erkennen. Ihr könnt den Text aber auch anpassen, der da erkannt wurde. Und dann läuft der Text sozusagen nochmal mit durch. Das heißt, sogar Leute, die dir dieses Video angucken, die vielleicht gerade in der S-Bahn sitzen und nicht ihren Ton anmachen können, kriegen einen kurzen Glimpse davon, was in eurem Podcast los ist. Und man kann natürlich auch ein bisschen Spaß damit machen, wie sowas hier, was von meinem Co-Podcaster mal gemacht wurde. Ja, also auch solche lustigen Dinge könnt ihr mit dem Audiogramm machen. Was ich jetzt zum Abschluss nochmal kurz machen will, ist, euch einmal zu zeigen, wie mein Beispielablauf ist, wenn eine neue Folge Kulturpessimisten, KulturpessimistInnen, oh Gott, jetzt habe ich es schon selber gemacht, KulturpessimistInnen erscheint. Als erstes, wir streamen ja live. Das heißt, wir machen immer eine Livestream-Ankündigung mit Hashtags zu allen Filmen und Serien, die besprochen werden. Und ich überlege mir immer noch ein Emoji, was passt zu den jeweiligen Filmen und Serien. Das kommt dann noch mit in den Text. Und meistens mache ich auch noch ein Gift dazu. Da kommt dann irgendwie der Stream-Link, der wird einmal morgens an dem Tag getwittert. Heute Abend gibt es einen Stream. Und wenn der Stream dann tatsächlich startet, wird nochmal der Stream-Link dazu. Ihr seht hier mit einem zitierten Tweet habe ich das gemacht. Also ich habe den Ursprungs-Tweet vom Morgen abends nochmal zitiert, retweetet und den Stream-Link dazu gepackt. Was ich bis jetzt nicht mache, ich aber bei manchen Podcasts sehe, und das funktioniert bei manchen noch wirklich gut, müsst ihr mal gucken, ob es zu eurem Publikum passt. Der Max vom Rasenfunk twittert immer ein Whoop-Whoop in dem Moment, wo er das Rendering startet von der fertigen Episode. Dann sind die Leute schon heiß, dass in den nächsten drei, vier Stunden irgendwann die Episode im Podcatcher erscheint. Und es gehen schon so die ersten Sachen auf Twitter los. Oh, endlich wieder. Und ich habe schon so lange gewartet. Und all sowas. Also das ist in seinem Podcast zum Beispiel schon zu so einem richtigen Meme geworden, dass immer irgendwann das Whoop-Whoop stattfindet. Was wir dann machen ist, Stichwort Automatisierung. Ja, wir machen einen automatisierten Tweet, wenn die Episode online geht, wo nur Episodentitel, Episodennummer, Link und Folgencover erscheinen. Aber diesen Tweet nutze ich eigentlich nicht zur Bewerbung unserer Episode, sondern ich zitiere den dann nochmal mit einer kurzen Inhaltsbeschreibung. Ähnlich dem, als ich den Stream angekündigt habe. Also einmal kurz alle Themen, die vorkommen. Und hier habe ich es sogar vom Platz geschafft, noch ein Stichwort zu jedem Thema dazu zu machen. Und das ist dann der Tweet, den ich immer wieder retweete, zitiere und so weiter. Und dann hänge ich an diesem Thread erstens an, wen wir alles erwähnt haben in dieser Episode. Dann kommen oft so Rückmeldungen wie, oh, ihr seid ja vier Stunden, an welcher Stelle war es denn? Dann sage ich den Leuten noch ungefähr, wo es war, damit sie nicht eine ganze Episode durchhören müssen oder so. Aber das sorgt zum Beispiel oft dafür, dass dann der Ausgangstweet von diesen Leuten auch getweetet wird. Dann wird sie vielleicht nochmal sagen, ah, guck mal hier, was die Becky da bei den Kulturpessimistinnen über mein Buch gesagt hat oder was auch immer. Also den Leuten mit einer Menschen, die als Pling auf ihrem Smartphone ankommen, zeigen, du wurdest erwähnt in dieser Episode, retweete das doch mal. Und dann mache ich an den Tagen danach, also wir haben immer drei bis vier Themen, mache ich immer noch einen Tweet zu jedem einzelnen Thema. Also wenn am Sonntag unsere Episode veröffentlicht wurde und ich das alles gemacht habe, mache ich am Montag einen Tweet zum ersten Thema, was stattfand. Wo ich nochmal ein bisschen ausführlicher was aus unserem Sendungstext nehme, den Link zur Episode nochmal reinpacke, ein GIF, was zu diesem Thema passt. Und genau, hänge das dann an diesem Thread natürlich an. Das mache ich dann am nächsten Tag für das nächste Thema, am nächsten Tag für das nächste Thema. Dann haben wir immer am Ende noch so eine Kategorie, wo wir keine großen Themen haben, sondern nur so jeder pickt nochmal eine Sache. Die erwähne ich nochmal einmal. Und dann, wenn halt cooles Feedback kommt, auf jeden Fall dieses coole Feedback retweeten. Vielleicht wollen eure Hörerinnen das sehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch, wenn es gar nicht unbedingt Feedback ist, sondern wenn Leute eben die Diskussion nochmal weiterführen, die ihr geführt habt im Podcast, auf jeden Fall sowas retweeten. Und was wir außerdem eingeführt haben bei uns, ist zum Beispiel der Hashtag Kultpass Leaks. Also immer, wenn wir irgendwelche lustigen Dinge bei uns im Backoffice passieren, sozusagen, wenn wir Redaktionskonferenz haben, wenn bei uns im Slack irgendwelche lustigen Sachen passieren, lassen wir unsere Hörenden daran teilhaben. Weil wir sind ja schon so eine Art Laber-Podcast, da passt es irgendwie auch an der Stelle, die persönlichen Sachen mit reinzubringen. Auf Facebook sehen die Posts anders aus, die wir machen. Da mache ich einen Post, wo ich den Link zur Episode reinmache und eigentlich einmal unseren kompletten Episodentext. Den könnte man natürlich auch noch ein bisschen kürzen, weil die Leute ihn halt ausklappen müssen, damit er komplett zu sehen ist. Da müsst ihr so ein bisschen abwägen, was ist an der Stelle das, was ihr wirklich haben wollt. Und dann, was ich jetzt in letzter Zeit nochmal ein bisschen entdecken will, was ich aber bei anderen Podcasts schon gesehen habe, sind die Storys bei Instagram. Ich nutze die privat sehr viel in letzter Zeit und freue mich, wenn ich dann da auch Podcast-Content mit reinkriege. Da kann man auch gut quasi nochmal teilen, wenn andere Leute einen in den Storys erwähnt haben und sowas. Also eventuell könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten Monaten Instagram auch nochmal wichtiger wird als Tool, in das wir uns mal einfuchsen sollten als PodcasterIn, eben weil in den Storys auch Audio, Video-Content und sowas möglich ist und auch irgendwie dazugehört. Und genau, fragt ruhig zwischendurch mal eure FollowerInnen, ob sie, ja, Mikro, wo ist das Mikro? Noch eine Frage zu Instagram. Die Storys sind aber nach 24 Stunden weg. Genau, Storys sind nach 24 Stunden weg. Im Idealfall haben das dann die Hälfte deiner FollowerInnen gesehen. Wenn du Storys hast, die dir besonders wichtig sind, kannst du sie zu Highlight-Storys machen. Also zum Beispiel hier die Sextapes-Podcast, die haben eine Highlight-Story, wo sie immer die Story, wo sie ihre Episode ankündigen, reinziehen. Und die Highlight-Storys bleiben sozusagen. Die können die Leute sich immer wieder angucken. Also ich mache das zum Beispiel auf Instagram so, dass ich das einfach in die Timeline reinposte. Da kannst du ja auch Audio reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Es sind halt teilweise andere Leute, die es nutzen. Also im Idealfall macht man beides. Also es gibt immer mehr Leute, gerade seit Instagram den Algorithmus so umgestellt hat, dass man nicht mehr sich eine chronologische Timeline einstellen kann, die einfach keinen Bock mehr haben, durch ihre Instagram-Timeline zu scrollen. die deshalb bei den Storys bleiben, weil die sind chronologisch so. Da sehe ich, was ich schon gesehen habe und habe nicht plötzlich Bilder von vor zehn Tagen, zwischen welchen, die gestern gepostet wurden, sondern die sind irgendwie chronologisch. Wenn ich halt was nicht gesehen habe, habe ich es nicht gesehen. Aber auch da kannst du ja so eine Story vielleicht nach zwei Tagen nochmal posten einfach. Du in deinem Archiv kannst sie ja weiterhin sehen, nur die anderen Leute können sie nicht sehen. Und dann kannst du sie einfach nochmal nutzen. Auch das funktioniert ja da. Genau, fragt zwischendurch eure FollowerInnen ruhig mal, ob ihr das gerade eigentlich richtig macht, was ihr da macht. Ob es andere Dinge gibt, die ihr tun solltet, ob ihr zu viel twittert, zu wenig, wie sie sich eigentlich vorstellen, was ihr da macht. Vielleicht kriegt ihr da auch nochmal wertvolles Feedback. Und am Ende ist es irgendwie doch etwas, was uns alle zusammenbringt, uns näher an unsere Hörenden dranbringt. Und dafür sorgt, dass dieses Feedback, diese Kommunikation, die wir uns immer wünschen für unsere Podcasts mit unseren Hörenden, dass das vielleicht ein bisschen leichter funktioniert. Das ist ein schönes Stichwort. Eine Frage hätte ich nämlich. Ich habe viele HörerInnen, die einfach nur über E-Mail-Abos von dem Blog hören, aber nicht über Social Media. Wie bekomme ich die denn dahin? Also, oder anders gefragt, was könnte ein Social Media Auftritt spannend für Leute machen, die bisher noch nicht bei Social Media sind? Also, jetzt rein strategisch und von der Kraft, die man so in so einem Account steckt, würde ich sagen, wahrscheinlich ist der Social Media Account als Werbekanal eher für die Leute, die ohnehin schon bei Social Media sind. Weil die kennen irgendwie, die wissen, dass es Leute gibt, die sich nur in GIFs antworten und miteinander kommunizieren. Da steckt ja auch so eine gewisse Kultur dahinter, an die man sich so ein bisschen anpasst. Deshalb wäre das jetzt erstmal die Klientel, die ich hauptsächlich bedienen würde mit meinem Social Media Account und dann eben Leute, die vielleicht noch gar nicht bei Social Media sind, über andere Sachen abgreifen. Also, wenn du da zum Beispiel einen E-Mail-Verteiler hast, ist das ja zum Beispiel schon eine tolle Möglichkeit, wo vielleicht jemand, der auf Twitter ist, sagen würde, ich will doch jetzt nicht noch eine zusätzliche E-Mail kriegen. Auf gar keinen Fall. Aber für jemand anders ist das vielleicht genau die richtige Sache. Also, ich würde da eher gucken, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und als sie selber dazu zu bringen, noch zu anderen Plattformen zu wechseln. Ich habe jetzt angefangen mit YouTube, so mit Anfang 30, und also Podcasts einfach von Ophonic direkt nach YouTube zu spielen, auch so ein bisschen einen vernünftigen, halbwegs vernünftigen Player zu haben, um nicht, ich komme mit Podlove einfach nicht klar. Ich nehme das schon lange wahr, aber traue mich da irgendwie noch nicht so wirklich dran. Hast du damit schon Berührungserfahrungen gemacht, irgendwie so in dem Moment? Also, ich persönlich nicht, aber ich kenne einige Podcasts, bei denen das gut funktioniert. Also, ich weiß zum Beispiel, dass der Rasenfunk über YouTube mittlerweile fast so viel gehört wird, wie auch über den Podcast-Feed sozusagen. Du kriegst natürlich teilweise eine andere HörerInnschaft damit, was toll sein kann. Die Kommentarkultur ist dann wohl teilweise auf... Also, das erzähle ich jetzt alles so vom Hörensagen, was mir andere PodcasterInnen erzählt haben. Ja, das erlebe ich da mal. ...ist dann auf YouTube anders. Also, da gibt es total viele Leute, die einfach mal nicht konstruktive Kritik raushauen, ich nenne es mal so, wo man sich dann auch überlegen muss, wie man das moderieren will, was man stehen lassen will und so weiter. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass Ophonic ja diese Möglichkeit bietet, es quasi automatisiert zu YouTube mit drüber werfen zu lassen, In meinen Augen spricht es dafür, wenn ihr Lust dazu habt, es einfach mal auszuprobieren, teilweise auch damit zu bewerben und zu gucken, funktioniert es. Oder hören es am Ende nur drei Leute und dann stellt man so einen Kanal vielleicht irgendwann wieder ein. Aber wenn man dann da seine 30, 40, 300, 400, 3000, 4000, keine Ahnung, Leute irgendwann hat und man hat das Gefühl, ich will die auch weiter über diesen Kanal bedienen, warum nicht, wenn es sich leicht mit wenig Aufwand zusätzlich machen lässt. Also, auf jeden Fall sorgt ein YouTube-Account für ein gewisses Ranking bei Google, sodass man vielleicht da auch mal ein bisschen weiter oben erscheint, wenn nach bestimmten Themen gesucht wird. Noch Fragen? Was hältst du von Messenger-Diensten als Social-Media-Kanal? Habe ich persönlich noch nicht für den Podcast genutzt. Ich habe mal einen Podcast abonniert gehabt, der gepublished hat über WhatsApp, also die quasi als WhatsApp-Sprachnachrichten ihren Podcast verbreitet haben, ist dann aber auch wieder eingeschlafen. Ich kenne manche Podcasts, die so tatsächlich community-technisch unterwegs sind, die sich einen Slack oder einen Discord eingerichtet haben oder so, wo die Leute dann reinkommen können in die Gruppe und keine Ahnung, also zum Beispiel die Second Unit, einen Film-Podcast, die haben halt so einen Discord, wo dann auch Räume sind, wo über Filme diskutiert wird, wo man sich zu Treffen verabreden kann oder so was. Also in dem Moment, wo man auch will, dass seine Community sich miteinander unterhält, kann ich mir schon vorstellen, dass das sinnvoll sein kann. Gut, dann Hashtag Mittagessen. Wünsche ich euch viel Spaß. Guten Appetit. .